So, dann laufen wir jetzt mal wieder zurück, oder gesonnen, da geht's, Nelnslauch, sehr schön, dann kommen wir jetzt wieder, wo ist das Licht? Können wir das Geld? Ja, ja, gehen wir auch. Oh, ich kenne mir gleich mal aus. Wir müssen hin, wir müssen hin, wir müssen hin, wir müssen hin. Ich glaub, dann kann das sein. Ja, dann müssen wir, sehr gut. Oder? Muss ich so lang? Ja, genau, da müssen wir. Hier, oder? Nee, da war nichts. So, Verbesserung. Komm mal bei der Aquila. Ja, da, 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 da. Big Slick. Mach mal nochmal. Ja, nehmen wir das mal. Gut, dann. Äh. Äh. Mhm, eine Tür, sehr schön. Ah, da haben wir einen... ...kleinen Dämonentriebsstern, statt einen kleinen Antrieb, wo dann das Dämonentriebs wiederher... ...zückel während dem Spiel starten und während dem Gegenstand, um Dämonentriebsstern zu verwenden. Alles gleich hin. Mal schnau, wo die brauchen werden. Auch nöt, ne, sowieso. Fetter. Was zur Hölle. Ja. Ah. 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 Jetzt drauf. Ich hab die Fette Kippe von Kinnert. Ja. Ah. 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 Ah, da. Oh, da. Oh, da. Ah. Ah, da. Ah, das geht's... ...Idle, das geht's mit Glee, das glaub ich drückt. Und zack. Und zack. Und zack. Wow. Zack zack. Und zack zack. Und kaputt ist. Was war das? Ok. Was ist die Hölle? Was ist die Hölle? Dann los schlappe. Ist die Rampel? Scheiße. Was ist die Hölle? Na. Na komm her. Na. Na. Das geht zu. Ah. Jetzt kommt. Was ist die Hölle? Was ist die Hölle? Was ist die Hölle? Frage. Kommt nicht mal die Einblendung was überhaupt ist. Na ja. Sind ja bestimmt nur noch sie. Ey wie soll ich denn da raufkommen bitte. Das kannst du ja voll vergessen. Wie soll ich denn da raufkommen? Kann der 10 Meter springen oder was? Ja. Bleib verloren. Was ist die Hölle? Die Cat. 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 Ich bin hier. Ich weiß nicht was ich tun soll. Wo ist Wörter? Keine Ahnung. Er ist vermutlich im Serverraum. Dem Octagon. Aber er könnte im Limbus gefangen sein. Kommen wir zu ihm. Keine Ahnung. Ich sitze hier fest. Kann ich vom Limbus aus helfen dich zu befreien? Denk nach. Ja. Es könnte einen Weg geben. Ich werde dich führen. Okay. Die arme Cat. Die müssen wir jetzt irgendwie retten. Die darf nicht sterben. Die ist voll nett. Ich mach die voll. Die ist voll sympathisch. Oh. Es fehlt eine Seele. Welche wohl. Ja. Die war. Die war. Die war. Die war. Die war. Juhu. Ein Verbesserungspunkt. So. Den benutzen wir gleich. Und zwar bei der Aquila. Mit dem. Und dem. Aerial Buy-In. Gut. Dann haben wir jetzt da auch alles. Und Gegenstände können wir uns noch keine kaufen. Weil wir zu arm sind. So. Dann gehts wir mit dem dunklen Dante weiter. Ja. Obwohl. Die Mission machen wir jetzt noch. Ich will wissen ob wir jetzt befreien. Oder was. Wie es weiter geht. Mission 12. Vom Feinden hingeben. Passt der irgendwie. Die. Ja. Wieder mal eine Ladeskule. Und tada. Ja. Den Kugelhorgel könnte ich auch mal wieder einsetzen. Ich denke, es gibt dort einen alten Tunnel. Vielleicht können wir dort lang entkommen. Wir brauchen noch eine Freigladung! Sie brechen durch! Ich hab eine Idee! Ich stecke im Limbus fest. Von hier kann ich sie nicht aufhalten. Ja, kannst du. Ich sprühe, du reißt die Decke runter. Dort! Jetzt zieh! Ich muss nochmal! Hey, ich bin in der Hölle! Okay, das gleiche nochmal! Schnell! Geht's dir gut? Ja! Komm schon! Okay. Faszinierend. Das ist etwas bängig. Los jetzt! Ja! Lauf, Cat! Weißt du, wohin das führt? Diesen Ort kenne ich wie meine eigene Westentasche. Ja! Wie geht's denn? Komm schon! Ja, das ist ja komm schon! Ich warte auf dich! Ja! Aber jetzt nichts in der Hölle! Ja! Er ist weg! Und los geht's! 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 Wunderschöne! Das ist ein Stückes aus! Und lasst sie dir so ein bisschen hier! Ja! Die Luft geht's! Das war ganz schön knapp. Hoffentlich bleibt das auch so. Ich laufe doch die Treppen ein bisschen schneller dann zumindest. Okay ich hörts mal hier gibt es jetzt keine Seelen oder irgendwas Zeug. Lauf mir einfach mal die hübschen Kat hinterher. Ach du Scheiße. Ich sage nur die Tränen. Verdammt. Er kommt rein. Was tust du? Bleib im Versteck. Schnell. Zum Glück hat es funktioniert. Wir sind Terroristen. Schon vergessen? Das waren meine Freunde. Mir ist schlecht. Dafür werden sie bezahlen. Aber jetzt wünschen wir erstmal Hörschelchen. Laufkelder. Laufkelder. Ach du bist ja. Okay. Ne das ist nur schon sein Chefs Dessel. Mit Engel verziert. Es gibt da waren. Da war da gerade eine Statue. Okay. Wo ist das Teil? Was ist das Teil? Was ist das Teil?